Kennst du das auch, dass wir manchmal Angst vor bestimmten Themen haben? Angst, darüber zu sprechen, Angst, uns was dazu anzuhören, Angst, uns überhaupt diesem Thema zu nähern, weil wir ja traumatische Erfahrungen im Gepäck haben und einfach schon das Schlimmste befürchten, wenn ich mich diesem Thema nähere, dann wird all das wieder in mir aufgewirbelt und dann ist es so unangenehm und das bringt mir ja sowieso nichts. Wenn dir das Thema bekannt vorkommt, dann habe ich eine gute Nachricht für dich, weil es gibt nämlich einen ganz anderen, ganzheitlichen und angenehmen Weg, uns diesen schwierigen Themen zu nähern, wo wir nicht alles wieder aufwirbeln, sondern wo wir durch die bewusste Begegnung mit einem Thema wirkliche, konkrete Schritte in die Heilung gehen können. Und in diesem Podcast teile ich mit euch, wie wir den Mut finden, uns diesen schweren Themen behutsam zu nähern, ohne uns erneut zu belasten. Ja, hey du, wenn du hier zum ersten Mal gelandet bist im Leuchtfeuer-Podcast, mein Name ist Lea Hamann und in diesem Podcast spreche ich sehr viel über körperorientierte Traumaheilung, darüber, wie wir diesen inneren Traumaberg schmelzen können, damit wir unbeschwert lebendig werden können. Wirklich wieder lebendig zu werden, das war so der Wunsch, der mich auf meinen Entwicklungsweg geführt hat, weil ich gespürt habe, ich bin zwar hier auf der Erde, ich tue, was ich kann, um mein Leben in den Griff zu bekommen, aber ein großer Teil von mir ist einfach nicht wirklich lebendig und nimmt gar nicht wirklich am Leben teil. Und im Leuchtfeuer-Podcast teile ich mit euch, wie wir diese Blockaden und dieses Nicht-Lebendig-Sein, wie wir das körperorientiert lösen können und welche Abenteuer uns auf diesem Weg oftmals auch begegnen. Ja, und heute geht es um die schweren Themen, die schweren Themen, vor denen wir am liebsten Reis ausnehmen wollen. Und ich bin überhaupt erst darauf gekommen, darüber zu sprechen, weil wir in der Oase, in meiner Online-Community, diesen Monat im Monat März sozusagen tatsächlich auch mal so einen Schritt gewagt haben. Und zwar haben wir uns mit dem Thema sexuellem Missbrauch auseinandergesetzt und wie das heilen kann. Und schon als ich das Thema gesehen habe, da hatte ich das Gefühl, dass in unserem Raum erst mal so ein bisschen eine Zögerlichkeit zum Vorschein kam, so nach dem Motto, hu, 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 das ist jetzt kein Thema, wo ich Freude jubelnd einfach mich dafür öffne und sage, ja, das ist schön, ich möchte das lernen und verstehen und damit arbeiten. Sondern das ist ja auch etwas, was wir nicht erleben wollen oder wenn wir es erlebt haben, womit wir am liebsten gar nichts mehr zu tun haben wollen. Und da ich die ganzen Themen etwas anders angehe, als man das vielleicht normalerweise machen würde, gebe ich euch jetzt einfach mal ein paar von meinen Tipps, die ich sehr, sehr wichtig finde, damit man überhaupt sich schweren Themen nähern kann und damit man das entspannt tun kann und auch wirklich konstruktiv, was dabei rauskommt. Und nicht, dass man nur in den Sachen rührt und dann geht es einem nachher schlechter als vorher, weil das wollen wir ja überhaupt nicht. So, der erste Tipp von mir ist, gehe nicht in die Story, also in all das, was du erlebt hast, wann du es erlebt hast, in all die Einzelheiten und Details, an die du dich vielleicht erinnern kannst, aber manchmal haben wir ja auch gar keine vollständige Zusammenhänge der Erinnerung. Aber wenn du eine Erinnerung hast, ist es wichtig, da nicht einfach reinzugehen. Ja, weil sonst erzählst du dir selbst die traumatische Geschichte nochmal neu. Wie wenn du einen Film anschaust oder einen Roman liest und du liest, was ist zuerst passiert und dann wird es ganz gefährlich und dann ist das passiert und das passiert. Nur in dem Moment schaust du keinen Film oder liest ein Buch, sondern du blätterst sozusagen in deinem eigenen Inneren und berührst all die unterschiedlichen Erfahrungen, die du da gemacht hast, all die unterschiedlichen Körperreaktionen und Emotionen und die Situation, die ganzen Erinnerungen, die damit zusammenhängen. Und du würdest das, wenn du einfach in die Story gehst, würdest du das alles aufwirbeln. Und das wollen wir vermeiden. Und deshalb rate ich auch immer davon ab, dass, ja, wenn man in eine Art Therapie kommt oder im Coaching-Umfeld und jemand sagt dir, jetzt erzähl mir doch mal, was du alles so erlebt hast und erzähl mir all die schlimmsten Geschichten, die du erlebt hast, eine nach der anderen, dann würde ich immer sagen, nein, 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 Rückwärtsgang, das ist nicht hilfreich, sondern es führt uns nur in den Traumasug. Und das ist etwas, was, ja, was einfach, das Trauma, könnt ihr euch vorstellen, das hat wie so eine gewisse Schwere und auch so eine gewisse Dynamik, die uns nach unten zieht, die uns zurückzieht in die Vergangenheit. Und manchmal machen wir Übungen oder auch Therapien oder folgen bestimmten Techniken, die uns genau in diesen Traumasug reinführen. Und das hat meines Erachtens einfach keinerlei Sinn, weil das ist wie, wenn du in eine Matschgrube reinfährst mit deinem Auto. Ja gut, dann stehst du erstmal in der Matschgrube und die Räder drehen durch und du kommst nicht mehr raus, ja. Wir sollten es auch vermeiden, in die Angst vor dem Thema reinzugehen. Ja, weil manchmal haben wir Angst vor einer bestimmten Sache, die genauso groß sein kann, genauso schlimm wie das Eigentliche, was wir erlebt haben. Also sagen wir mal, du hast ab und zu mal Panikzustände oder so, dann kannst du eine Angst entwickeln vor diesem Thema Panikzustand, eine Angst vor deiner Angst, eine Angst vor den ganzen Sachen, die du erlebst oder vor diesem Thema. Und das ist auch wichtig, dass wir nicht in diese Angst gehen, dass wir uns diesem Thema gar nicht auf diese Art und Weise nähern, sondern, was ist jetzt der konkrete Schritt, den ich vorschlagen würde? Ich würde vorschlagen, dass wir immer zuerst mal mit der Sicherheit in der Gegenwart beginnen. Also das ist ganz oft so und da wundern sich vielleicht auch einige darüber, dass wenn ich sage, wir beschäftigen uns diesen Monat mit dem Thema sexuellen Missbrauch, dann fange ich nicht an, in dieses Thema reinzuhüpfen, sondern ich lade die Oasenbewohner erst mal dazu ein, die Sicherheit in der Gegenwart zu finden. Weil alles in uns ist ja schon vielleicht in Angst, in der Habachtstellung und darauf vorbereitet, oh je, oh je, jetzt höre ich schlimme Sachen, jetzt muss ich mich schlimmen Dingen stellen, oh, das will ich nicht, ja, und dann stellen sich schon unsere Nackenhaare. Was wir stattdessen machen, ist in diese einfachen Dinge hineinzuwandern, die mehr mit der Gegenwart zu tun haben. Also zum Beispiel, kann ich den Boden unter mir fühlen? So eine einfache Frage. Manchmal sind wir so weit davon entfernt. Kann ich die Wände in meinem Zimmer wahrnehmen? Nicht nur sehen, ja, ja, ich weiß, dass es da wahrnehmen, dass es auch wirklich bei mir ankommt. Und jeder von uns hat andere Signale von Sicherheit, Dinge, die dir Sicherheit vermitteln. Das kann auch sowas sein wie, ach, ich höre meine Kinder draußen im Garten spielen oder ich nehme wahr, wie mein Mann oder mein Partner gerade sich einen Tee macht. Ich höre den Wasserkocher. Ah, das sind alles Geräusche, die vermitteln mir Sicherheit. Oder was auch wichtig ist, ist das Orientieren. Da nutzen wir dann bewusst unsere Augen, gucken uns ein bisschen um im Raum und schauen, wo bin ich denn gerade wirklich? Ja, um eben nicht in diesen Traumasog reinzusinken, der uns in die Vergangenheit zurücksaugt, in schlimme Erfahrungen zurücksaugt, schauen wir uns um und gucken, wo bin ich wirklich gerade? Oh, ich bin ja hier. Das ist gar niemand anders hier. Ich bin hier. Oh, da ist unser Hund und schläft in seinem Körbchen. Ah, okay. Ah, das ist die Ausgangsposition. Genau. Orientieren. Und dann könnten wir auch gleich beginnen, Ressourcen zu finden. Ressourcen sind alles Dinge, die dir helfen, dich sicherer zu fühlen, dich wohler in dir und deinem Körper zu fühlen. Also alles, was angenehm ist. Das heißt, Überraschung, wir gehen nicht zuerst zu den unangenehmen, herausfordernden Dingen, sondern ganz im Gegenteil, wir gehen erstmal zu dem, was angenehm ist, was beruhigend ist. Oh, ich lege mir erstmal eine warme Wärmflasche auf den Bauch und dann spüre ich diese Wärme oder ich hole mir erstmal einen Tee und oh ja, ich kümmere mich liebevoll um mich. Und was zeigen wir unserem Körper dann in dem Moment? Wir zeigen dem Körper, oh, du hast für einen Moment gedacht, weil du dieses Wort gehört hast, dass wir in diese schlimme Erfahrung zurückstolpern oder zurückwandern. Aber guck mal, was ich eigentlich meine ist, wir finden Sicherheit. Wir finden Stabilität. Wir finden das Hier und Jetzt, die Gegenwart. Wir finden heilsame Ressourcen. Guck mal, lieber Körper, das ist, wozu ich dich einlade. Und das gibt uns eine völlig andere Voraussetzung. Und jetzt denk mal darüber nach, wie oft wir zum Beispiel in Seminaren waren oder Kursen zugehört haben oder Wissensvideos uns angeschaut haben. Wie oft geht es direkt in die Herausforderung, direkt in das, was aufpeitscht und in den Traumasug uns vielleicht reinzieht. Und es ist auch so, das läuft bestimmt besser hier auf YouTube. Das ist bestimmt knalliger und kreischender und greller und lauter und wird leichter gefunden und schneller geteilt, weil es eben aufpeitscht und aufgepeitschte Menschen neigen dazu dann auch, das weiterzuleiten. Oh meine Güte, hast du das schon gehört? Hast du das schon gesehen? Und dann gibt es dieses Ping-Pong-Spiel überall auf der Erde. Wir peitschen uns gegenseitig auf und diese aufgepeitschten Ping-Pong-Bälle, die stoßen die ganze Zeit aneinander. Und kein Wunder ist es im Moment hier auf der Erde so laut und so disharmonisch, weil so viel von diesem Schmerz, den wir alle in uns tragen, blubbert im Moment an die Oberfläche. Dafür können wir nichts. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und in meiner Wahrnehmung steckt da eine große Gnade dahinter. Wir sind in einer Zeit hier auf der Erde, wo wir die Vergangenheit nicht weiter in die Zukunft tragen müssen, sondern wo eine Liebe da ist, die sagt, weißt du was? Du darfst im Moment deinen Rucksack ablegen und durchsortieren und schauen, was nehme ich wirklich mit in meine Zukunft und was lasse ich hier? Was darf heilen und was möchte ich Neues vielleicht auch aufbauen? Und wie gehe ich meinen Weg dann konstruktiv weiter? Und ja, wir sind also in dieser schönen, eigentlich in dieser Chance, mitten in dieser Chance. Die Sachen in uns blubbern deshalb zum Vorschein, aber die wenigsten Leute haben einen körperorientierten Umgang damit, wissen, wie man heilsam mit solchen Phasen umgeht. Und die ballern dann alles nach draußen. Ich fand das eine Weile, wenn ihr euch noch erinnert an dieses MeToo-Movement. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland einen anderen Namen hatte. Ich habe es immer nur im Amerikanischen beobachtet, dieses MeToo-Movement, wo Frauen angefangen haben zu schildern, dass sie in ihrem Arbeitsplatz oder in ihrem Leben einfach Missbrauch erlebt haben. Und dann haben einige angefangen und die anderen sind dann dazugekommen und gesagt, MeToo, ich auch, ich habe auch sowas erlebt. Und dann ging so eine ganze Welle sozusagen. Und Männer haben sich natürlich auch dann geäußert. Also es gab so eine ganze Welle. Und ich weiß, dass ich damals von einer Frau gelesen habe, die eben auch körperorientiert arbeitet und die das so wahrgenommen hat und die das Gefühl hatte, das ist wie wenn jeder ein Feuer entzündet. Feuer, 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 Feuer. Das Feuer von Schmerz, das Feuer der Wut, das Feuer von dieser schrecklichen Sache, die da ans Licht kommt. Und dann fehlt aber etwas. Dann fehlt etwas, damit daraus heilsame Veränderung entstehen kann. Es haben dann natürlich ganz viele Leute ihren Arbeitsplatz verloren, vielleicht auch mit Recht oder sind dann zwischen diesen MeToo-Fronten sozusagen zermalmt worden. Und Sachen sind so ein bisschen wild und durcheinander geraten. Und ja, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir nicht nur auf die Wunde schauen, nicht nur auf das Trauma, nicht nur auf den Schmerz. Weil wenn wir das machen, wenn wir nur das machen, kann es leicht passieren, dass wir einfach nur in diesen zerstörerischen Sog der Wunde hineingeraten und dann selbst verwunden. Also im Grunde, dass wir Opfer sind einer Gewalt oder eines Unrechts oder eines Missbrauchs. Und wenn wir einfach nur diese Wut und diesen Schmerz nach außen ballern, dann kann es sein, dass wir damit dann andere Menschen einfach nur noch als Feinde sehen und ja, dann irgendwie auch dazu neigen, zu schnell zu handeln, nicht aus der Mitte heraus, vielleicht auch so ein bisschen Rache üben wollen und Sachen einfach aus dieser verletzten Art heraus verlangen wir dann, dass Sachen richtig gestellt werden. Und mein Gefühl nach fehlt da wie so ein Schritt. Die Wut ist total okay. Der Schmerz ist total okay. Wenn Sachen an die Oberfläche kommen, wie es jetzt im Moment ganz oft der Fall ist, das ist ein Geschenk. Das ist richtig so. Es ist richtig, dass Missbrauch aufgedeckt wird. Es ist richtig, dass Opfer von Missbrauch zu Wort kommen und sich dazu äußern und das Licht reinkommt in diese muffigen, dunklen Ecken. Auf jeden Fall. Aber was ist notwendig für wirkliche Veränderung, für wirkliche Heilung? Es reicht nicht einfach nur unseren Schmerz in die Welt reinzuballern. Wir brauchen einen Fokus und hier kommt mein nächster Tipp. Wir brauchen einen Fokus auf das Heilsame. Wie sollte es eigentlich sein? Und ich verwende dann oft den Namen der heilsame Blueprint oder der heilsame Bauplan in unserem Inneren. Ich gehe davon aus, dass alles in uns, was verletzt ist, nicht dafür erschaffen wurde, um verletzt zu sein. Sondern es gibt ja einen unschuldigen, echten, wie es eigentlich hätte sein sollen oder sich entwickeln können Bauplan. Wie würde sich ein Kind fühlen, was liebevolle Eltern hat, die es entsprechend schützen? Wie würde sich dieses Kind entwickeln? Das zu fühlen, bringt uns in Verbindung mit diesem heilsamen Blueprint. Oder jetzt, um auf die Mann-Frau-Beziehung einzugehen. Wie würde sich denn eine heilsame Beziehung zwischen Mann und Frau anfühlen? Oder wie können Männer und Frauen am Arbeitsplatz heilsam zusammenarbeiten, ohne dass Missbrauch die ganze Zeit geschieht? Dass wir tatsächlich den Fokus richten und das überhaupt in Erwägung ziehen und anfangen, uns darauf zu konzentrieren. Wie soll es eigentlich sein? Was ist die göttliche Ordnung oder die heilsame Ordnung? Wie würde das eigentlich aussehen? Ich frage dann auch manchmal, wie hat Gott es eigentlich erschaffen? Und das, finde ich, bringt uns in eine andere innere Haltung. Das verbindet uns mit dem, wo wir hinwollen. Weil innerhalb der einzigen und allein der Verwundung, wo wir nur unseren Schmerz rausschreien in die Welt, da gibt es ja keinen Weg nach vorne. Da gibt es auch nur Täter und Opfer. Und die Opfer neigen dazu, dann selbst wieder Täter zu werden oder zurückzuschlagen oder den Schmerz, den sie erlitten haben, dann einfach wieder weiterzugeben an die anderen, an die nächste Generation oder an ihr Umfeld. Und wenn wir anfangen, auf den heilsamen Blueprint zu schauen, dann haben wir wie so ein neues Ziel. Ein Ziel, was uns hinaushebt über Täter- und Opferdynamik. Und was ich dann auch wichtig finde, ist, oftmals denken wir ja, aber ich kann nicht mich jetzt für heilsame Sexualität öffnen oder so. Das ist, ich bin da so verletzt in dem Bereich, das ist undenkbar für mich. Und deshalb lehne ich es dann ganz ab. Und dann würde ich vorschlagen, folgenden Tipp würde ich dir dann geben. Finde einen winzigen Teil von dem, für das du dich öffnen möchtest oder was heilsam in deinem Leben entstehen darf. Finde eine winzige Version davon. Wenn das Thema Sexualität für dich drei Schuhnummern zu groß ist, dann wie wäre es mit dich sicher fühlen im eigenen Körper oder dich sicher fühlen in der Gegenwart anderer oder deine Grenzen besser wahren zu können. Ja, einfach schau, was ist das, wozu ich ja sagen kann, wofür ich mich öffnen kann. Was wäre mein nächster kleiner Schritt, für den ich offen bin? So, und wenn wir jetzt einem schwierigen Thema uns nähern und wir nähern uns dem Ganzen positiv, wir fokussieren auf das Positive und wir nehmen wahr, okay, was ist mein kleiner Schritt, der in dem Bereich einfach heilen darf, dann müssen wir auch einfach Raum schaffen für die Reaktionen. Und ich bin eben kein Freund davon, dass wir unseren Schmerz in die Welt hineinschreien oder dem eins zu eins das einfach explodieren lassen, sondern, und ich bin aber auch kein Freund davon, das zu unterdrücken oder zu verlangen von jemandem, der tief verwundet wurde, ja, sprich doch einfach locker darüber oder geh doch einfach mal locker damit um, steck's doch einfach weg. Das finde ich genauso doof. Was ich schön finde, ist Raum zu schaffen für Reaktionen, die konstruktiv uns ermöglichen, ja, diese riesigen vielleicht Gefühle von Wut oder Panik oder, ich kann's nicht glauben, dass wir diese riesigen Reaktionen in kleinen Häppchen umsetzen. Und ich nutze dazu in der Oase und überall sonst auch in meiner Arbeit die Micro-Movements. Das heißt, wenn du merkst, da ist ein riesiges Feuer in mir, ein Feuer von Wut und Schmerz und Panik und Abscheu und Ekel und was auch immer sein mag, dann überforderst du dich nicht damit, dass du versuchst, diese riesige Ladung mit einmal explodieren zu lassen. Und dadurch verletzt du dich dann wahrscheinlich körperlich und überforderst dich und kannst dein Trauma noch vertiefen dabei. Das wollen wir nicht, sondern wir nehmen immer ein kleines Teelöffelchen von diesem riesigen Vulkan und drücken das aus. Die riesige Reaktion darf sich über langsame, ruhige, auch kraftgeladene Bewegungen, Gesichtsausdruck, Töne, innere Haltung ausdrücken. Ja, es gibt Raum für Reaktionen, aber wir achten darauf, dass du mit dieser Reaktion dich oder anderen nicht verletzt, sondern dass selbst das heilsam ist. Und ich mache das oft mit Leuten in meiner Arbeit, im Morgenlichtcoaching. Da ist es ja manchmal so, dass jemand dann sagt, oh, in meinen Beinen zappelst und da war so ein Fluchtimpuls. Ich wäre einfach damals in der Situation einfach gerne weggerannt, aber ich konnte es nicht. Und jetzt habe ich hier diese zappeligen Beine und ich tue seit Jahren nur noch Joggen, aber es kommt nicht wirklich raus. Und dann ist es wichtig, dass wir ganz in die Ruhe, in die Stille gehen, in der sicheren, meditativen Stimmung diesem Fluchtimpuls in den Beinen begegnen und dann ganz langsam und bewusst erlauben, dass dieser Fluchtimpuls von damals, heute ganz langsam durch deine Beine rollen darf und sich ausdrücken darf und sich entladen darf. Und dann merkt man, manchmal fangen die Tränen an zu fließen, manchmal zittert man, weil die Anspannung aus dem Körper geht, die Muskeln ihre Spannung entladen und manchmal merkt man einfach so viel Erleichterung. Oh, endlich, endlich, endlich kann ich zur Ruhe kommen, endlich habe ich dieses Dauerzappeln nicht mehr in mir. Das nur als ein Beispiel, wie die Micro-Movements uns helfen können, riesige Reaktionen in kleinen Häppchen möglichst sanft und konstruktiv umzusetzen. So, was ich auch wichtig finde und was ich auch in der Oase immer wieder vermittle, ist, dass wir diese ganze Heilung insgesamt als Weg betrachten. Nicht als einen Schritt auf Knopfdruck, den musst du auch heute machen, diesen einen Schritt, sondern dieser Weg besteht aus vielen kleinen einzelnen Schritten. Und du kommst nicht schneller an, wenn du versuchst, irgendwas zu erzwingen oder dich anzutreiben und jetzt mach doch mehr, 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 schneller, 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 weiter, 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 im Gegenteil. Wenn du lernst, auf deine Grenzen auch zu achten, auf deine Kapazität zu achten und du immer nur den Schritt machst, den du auch wirklich machen kannst, kommst du schneller voran. Stell dir vor, dass die kleine Schnecke, von der wir denken, die wäre so lahm, schneller ist, als wenn wir mit Gewalt uns zwingen, so nach vorne zu hüpfen oder nach vorne zu rasen. Ja, und es ist ja so, dass wenn wir Trauma erlebt haben, dass das oft aus einer Situation stammt, wo etwas zu viel war, zu schnell, einfach zu überfordernd und dein Körper erwartet, dass du das wiederholst. Wenn du über dieses Thema sprichst oder was liest oder das das Monatsthema in der Oase ist, dann erwartet dein Körper, aha, es wird wieder zu viel sein, zu schnell, es wird wieder mich vollkommen entwurzeln und ganz schrecklich sich anfühlen. Und wir müssen den Körper in dem Moment beweisen, dass wir nicht länger in dieser Traumaschleife weiter unsere Kreise ziehen. Wir müssen ihm etwas Neues zeigen, nicht mit unseren Worten, Worte sind Schall und Rauch, sondern wir müssen ihm beweisen durch unsere Handlungen, durch das, was wir tun, durch das, was wir wählen, dass wir tatsächlich jetzt in einen Heilungs- und Verarbeitungsprozess gehen, dass wir tatsächlich nicht das Trauma wiederholen, nicht in dieselbe schlimme Erfahrung zurückschlittern in die Vergangenheit, sondern dass wir die Basis aufbauen von Sicherheit und Geborgenheit, dass wir kleine Schritte machen, dass wir den heilsamen Blueprint und das Schöne sogar in dem Bereich anfangen zu spüren. Und dadurch lernt der Körper, oh, du zwingst mich nicht, oh, du überrollst mich nicht, oh, du verletzt mich nicht, oh, ich darf Nein sagen, ich darf langsam machen, ich darf in meiner eigenen Geschwindigkeit lernen und mich entwickeln, oh, du hast Mitgefühl mit mir, oh, da ist jemand da, der mich wahrnimmt. Und schon sind wir in einer völlig anderen Stimmung. Und deshalb beschäftige ich mich gerne mit dieser Traumaheilung. Ja, das werde ich manchmal gefragt, ach, Lea, deprimiert dich das nicht? Ist es nicht furchtbar, dich ständig mit diesen Themen auch zu beschäftigen, mit den Herausforderungen des menschlichen Daseins, konfrontiert zu sein, ständig Tag ein, Tag aus, Bindungstrauma und Missbrauchserfahrungen und Anteile, die in Fight, Flight, Freeze oder Shutdown gelandet sind. Und ich muss sagen, es hat auf jeden Fall das Potenzial, ganz deprimierend und grau und trist und trüb zu sein. Bestimmt, das hat aber jedes Thema hier auf der Erde. Aber ich wähle den Weg, der liebevoll ist, der ganzheitlich ist, der uns einlädt, die Chance zu sehen, den sanft geschwungenen Heilungsweg zu beschreiten, der einfach wirklich in der Sicherheit beginnt und der Rücksicht auf die eigene Kapazität sich entfaltet. Und das ist so was Schönes. Ja, ich begegne dann so oft dieser tiefen Freude, dieser Erkenntnis, so ist es eigentlich gedacht. Ja, weil dieser Weg in die Heilung führt uns ja zu dem Heilen, zu dem, was, wie es eigentlich gedacht ist. Und für viele Menschen auch zu dem Heiler oder Heiland, zu dem, ja, zu diesem liebevollen Geschenk auch von Gott, der uns heilen möchte, ja, der uns in diese Heilung einlädt. Und das ist, ja, finde ich, ist so was, wo wir immer wieder so ganz tiefe Freude auch im Herzen haben können. Das war bei mir mein Coaching auch Morgenlichtcoaching genannt, weil ich das Gefühl hatte, ja, wir bringen das Licht von einem neuen Morgen in diese Stellen, wo vielleicht bisher alles noch sehr dunkel war. Und sobald das Licht dahin kommt, wird alles ganz anders. Und es gibt die Möglichkeit für Veränderung. Jawohl, ihr Lieben, ich hoffe, da war was für euch dabei. Ich wollte euch noch darauf hinweisen, dass mein Podcast eine Woche Osterferien macht. Also am 2. April gibt es keinen Podcast. Da setze ich eine Woche aus. Und ich wollte euch noch darauf hinweisen, dass ich damit spiele, mit der Idee im Moment, den Namen von meinem Podcast zu verändern. Weil ich, der heißt ja im Moment und hieß von Anfang an Leuchtfeuer Podcast. Und ich habe jetzt meine Arbeit entwickelt die letzten Jahre. Die heißt ja das Morgenlichtcoaching. Und da überlege ich, ja, den Namen eventuell zu verändern. Da gucke ich jetzt mal. Bin ich gerade am ruminieren? Und nur, falls ihr da neuen Namen seht, dass ihr euch nicht wundert und denkt, ist das noch der Podcast von der Leer? Ja, das ist noch mein Podcast. Und ich habe da viele neue Ideen, die ich im Moment da am Aushacken und vorbereiten will. Und von daher freue ich mich. Der Frühling hat mich weiter im Griff. Das Neue möchte vorbereitet und auf die Erde gebracht werden. Und wieder auferstehen durch die Osterzeit. Wenn dich das Thema Missbrauch heilen noch weiter beschäftigt, bist du herzlich eingeladen, in die Oase zu kommen, in meine Online-Community. Du kannst dich jederzeit anmelden und mit dabei sein. Die ganzen Live-Webcasts vom Monat März, die sind natürlich alle da für dich zum nachträglich anhören, beziehungsweise je nachdem, wann du dich anmeldest, gibt es ja auch weitere, die noch bevorstehen. Und ja, da gibt es jede Menge Basiswissen über Trauma-Heilung, über diesen körperorientierten Weg. Es gibt kleine, schnelle Helfer für den Alltag, alle möglichen Inhalte und ein großes Forum, wo ihr Fragen stellen könnt und wo auch gegenseitiger Austausch möglich ist. Ich finde das immer wichtig. Und für mich ist das auch noch eine Sache, die entscheidend dazu beiträgt, dass wir unseren Weg da gehen können, wenn wir auch eine heilsame Community um uns herum haben und nicht das Gefühl haben, Mensch, ich bin ja der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der sich damit beschäftigt und damit rumschlägt. Nein, du bist nicht der einzige Mensch. Viele von uns entscheiden sich für diesen liebevollen, ganzheitlichen Weg, weil es jetzt an der Zeit ist, weil wir eingeladen sind, weil wir an der Schwelle stehen, auch zu was Neuem. Und es ist nicht passend, den Schmerz der Vergangenheit immer weiter in die Zukunft rein zu projizieren, sondern es ist wirklich auch eine Wende in unserem eigenen Inneren gefragt, die manchmal sehr herausfordernd ist, aber auch sehr, ja, sehr viel Geschenke beinhaltet. Falls du hier auf YouTube bleiben möchtest, dann habe ich noch ein weiteres Video für dich, was dich vielleicht interessieren könnte. Da geht es um Missbrauch in der Kindheit, wie man sich von den Folgen befreien kann. Und wenn du Lust hast, kannst du da weiterschauen. Alles Liebe für dich und bis dann.